Wir schreiben das Jahr 2060. Lars möchte seine alte Heimatstadt Hamburg besuchen. Doch was ist das? Wo sind die Elbschiffe, denen er früher immer zugeschaut hat? Die Elbe ist durch Klimaänderungen fast vollständig ausgetrocknet und die Schifffahrt ist deshalb zum Erliegen gekommen. Kann das wirklich passieren? Die Möglichkeit solcher und ähnlicher Szenarien wird im Forschungsprojekt Energy Transfers in Atmosphere and Ocean, einem Kooperationsprojekt aus mehreren norddeutschen Institutionen, untersucht. Dort wird mit Computersimulationen gearbeitet, die das Klima in den nächsten Jahrzehnten vorhersagen. Diese Klimamodelle basieren auf den Gesetzen der Physik, die als mathematische Gleichungen formuliert sind. Aber nicht nur die Gesetze, sondern auch eine Vielzahl von Daten aus Experimenten und Beobachtungen gehen in diese ein. Leistungsfähige Computer berechnen daraus eine Klimaprognose für die Zukunft. Dabei darf man diese nicht mit der Wettervorhersage verwechseln. Bei einem Klimamodell werden wesentlich größere Zeiträume in Betracht gezogen. Außerdem müssen viele zusätzliche Parameter berücksichtigt werden, etwa der durch den Menschen verursachte erhöhte CO2-Ausstoß in die Atmosphäre. Aber wie sieht so ein Klimamodell aus? In den Computermodellen werden Atmosphäre und Ozeane mit einem dreidimensionalen Gitternetz überzogen. Dann werden an den Gitterpunkten beispielsweise die Temperatur und die Stärke sowie die Geschwindigkeit des Windes in kleinen Zeitintervallen berechnet. Daher kann der Computer nur angenäherte Werte berechnen. Diese Annäherung wird genauer, wenn das Gitternetz enger ist, es also mehr Gitterpunkte gibt. Für die Berechnung braucht ein Computer dann allerdings wesentlich länger. Um die Rechenleistung trotzdem optimal zu nutzen, haben sich die Forschenden folgendes überlegt. Sie verteilen die Netzpunkte unterschiedlich in verschiedenen Regionen, abhängig davon, was sie untersuchen möchten. So können zum Beispiel mehr Gitterpunkte auf die Küstenregion gelegt werden. Bisher werden in Klimamodellen die Möglichkeiten der variablen Verteilung der Gitterpunkte noch nicht viel genutzt. Außerdem werden wichtige Details wie Wirbel oder Wellen weggelassen. Dabei ist nicht klar, welchen Effekt die weggelassenen Details wirklich auf das Klima haben. Die Forschenden im Projekt versuchen, dies besser zu verstehen und damit präzisere Klimamodelle zu entwickeln. Und damit kommt es hoffentlich doch nicht so wie im Anfangsszenario, weil die Modelle die Klimaänderungen besser vorhersagen können und die Menschen sie möglicherweise doch verhindern. Lars kann dann im Jahr 2060 doch die Elbschiffe beobachten.